Herzlich Willkommen zurück. Ich hab dein Messer gesehen, hau... Ich kann doch nicht was. Hey! Ich wollte mich grad hin hocken. Ja, hab dir nix gebracht. November ist der Kinder. Da haben wir ja November. Negativ. Woher seid ihr denn? November ist es, er will nämlich nicht meinen Schutz. Du knallst mich sowieso ab, egal. Ja, du knallst uns alle ab. Da kannst du ruhig stehen bleiben, da schütze ich dich. Uniform. Bist du der Killer? Der Killer ist näher als du denkst. Ja, knall immer ab, besser. Wenn du da stehen bleibst, hast du meinen Schutz. Wenn du näher kommst, hast du ihn nicht. November ist der Killer. Du der Schutzmann. Alle bitte weiter nach links. Du auch Uniform. Uniform, geh mal ein bisschen näher zum... Bisschen weiter weg, die Kugeln fliegen sehr schnell. Ja. 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 Bleib schön auf Distanz damit. Dann ist sie der Mörder. Ja. Also ich würde aufpassen, sie ist definitiv der Mörder. Ich würde ihn abknallen. Schnell ihn ab. Wer hätt'n da gefaucht? Wir hätt'n da gefaucht. Das ist mein Theo. Theo. Immer bleib da an der Ecke, dann zusteh'n nichts. Wenn du da bleibst, alles gut. Dann stehen sich den Nächsten, der kommt. Gut, dass du den Mörder den Rücken kehrst. Der Mörder. Jennifer, du haben uns hier zu viel rum. Kannst du nicht ein bisschen still sein? Ja klar, er kommt immer näher, ey. Also wenn das nicht der Mörder ist. Pass auf. Der ist definitiv der Mörder. Aber der hat doch schon voll das Mördergesicht hier. Ja. Der Micha. Ne, ne. Wie heißt du überhaupt? November. Du, die lacht schon so. Du hörst. Ich bin jetzt nicht. Ich kann mich leider nicht an den Namen ändern. Aber einer von beiden hat mich auf jeden Fall getötet. Ich weiß nicht, ob's im November geschah. Uniform. Achso, einer ist schon tot? Ja. Macht als ihr wollt, ich gehe. Ja, Uniform ist der Mörder. Uniform, ja. Ne, jetzt denk ich November ist der Mörder. Ja, das ist November, ich sag's dir. Ich geh jetzt einfach und überlasse euch den... Ja klar, der Mörder geht nicht. Den Schwein zum Verhast. Der Mörder will jetzt alle trennen. Jennifer. Ja klar, wo war's? Echt? Jennifer, wo bist du? Nein, sicher war's. Was ist die Knabe? Ich kann's nicht aufheben. Ich will sie ja nicht aufheben, ich will sie nur schützen. Ich dachte Jennifer wäre Uniform gewesen. Ja, ich bin ja auch Uniform. Irgendjemand lacht schon. Ich lache, aber ich bin schon tot. Ja, das ist Micha. Er ist der Einzige, der noch lebt. Bei mir sagt er schon wieder wahre Connected Problem. Echt? Ich wollte dich verwirren mit den ganzen Fußspuren. Mhm. Du bist genau reingelaufen ins Messer. Hallo? Mike ist irgendwie rausgeflogen. Oh. Ja. Mike, kommst du rein? Ja, komm einfach, Spawnerfall hinterher. Hey, was war denn jetzt? Kann auch nicht spielen jetzt. Feoline, du musst Tab drücken und dann auf Join Players klicken. Achso. Dann gehst du hier rüber. Und Stone Cold auch, weil du hast jetzt die falsche Seite gemacht. Du musst da wo Player steht, genau, so wie Feoline. Und dann auf Join klicken. Kann auch nicht auf Join klicken. Doch, auf das blaue Join. Also. Ich suche Schutz bei dir. Von wegen, hau ab. Das hast du schon mal gemacht. Das hier heißt der Mörder Aces. Ja. Schieß ihn einfach tot an. Definitiv. Ihr seid ja nur zu zweit, also kann er es ja nur sein. Abstand halten. Nein. Du kommst schon. Verdammt. Da rutscht er ja, als wäre er die Prinzessin auf dem Eis. Leider sind alle rausgegangen aus dem Spielen, deswegen. war es mir einfach ein bisschen zu schwer. Hm? Ich bin unschuldig. Jo. Indocent. Wer ist der? Wobei ist der Schutz? Da, Victor ist es. In die Flasche. Okay. Wobei ist der Schutz? Keine Ahnung. Euch kommen wir nicht zu nah. Wir machen das so, du folgst mir. Ja klar, sagte der Mörder. Der Mörder ist auch schön. Victor. Ich suche nur Schutz. Ich suche nur Schutz. Victor ist der Mörder. Wie ist das eigentlich? Machen wir das so wie bei TTT? Ja, ja definitiv. Okay. Beweis es, indem du was aufsammelst. Okay, dann komm mit. Fünf. Vier. Wer hat die Waffe? Wer hat die Waffe? Wer hat die Waffe? Oskar. Wofür nicht die Sachen zum aufheben? Sind die eigentlich immer am selben Platz? Sterb Oskar. Ey. Ich hörts schon. Wer ist Oskar? Oskar ist der Mörder. Ich möchte da rein was aufheben. Nein. Nein. Nein, tu's nicht. Romio ist es. Scheiße Mann, der war am Nachladen. Das war's. Ich wollte nicht, dass du mich erschießt. Ah, ne Flasche. Das ist schon mal was eingesaugt. Äh, eingewasst. Bitte eingewasst. Kann man diese eine Säge da eigentlich nicht aufsammeln, die da liegt? Kann keiner aufsammeln. Charlie ist es. Charlie... Oh, das ist kistiges Wort. Nee, Kilo. Kilo hat gerade was aufgehoben. Wer? Kilo hat was aufgehoben, also ich. Charlie ist definitiv der Mörder, weil er konnte das nicht sehen. Und X-Ray ist auch der Mörder. Ja, X-Ray, X-Ray. Mike, wo bist du? Oh, da ist noch eine Giste. Okay, also du kannst noch reden, also bist du nicht tot. Also bist du der Mörder. Jo, Christian ist der Mörder, ich sehe es nicht, ich gehe mal. Und der Mischar auch tot ist und schon einfach, weil die beide stumm sind. Ist noch Christian da. Ich war es nicht. Ich war es aber nicht. Kurz, kurz nach, kurz nachdem du sagtest, Christian redet noch, da wurde ich gerade getötet. Weil da war ich noch am, als ich geredet habe, war ich noch am Leben. Und dann meinst du. Ja, ist klar, du hast die ganze Zeit weiter geredet. Ja, ja, ich war ja auch noch am Leben. Aber danach habe ich dann aufgehört zu reden, kurz nachdem du sagtest, er redet noch, also wird er leben. Weil ich dann getötet wurde. Weil ich dann getötet wurde. Echo. Hi, suchen nur Schutz. Oh fuck, Alter. Wer hat den Revolver? Ich habe es schon gehört. Oh, verdammt. Wo seid ihr denn? Hey, 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 Echo. Wo ist Micha? Micha, Micha ist der Mörder. Ich bin Hotel. Ach, du weißt, wer der Mörder ist? Ja. Das kann ich nicht sagen, ich habe niemanden gesehen. Bitte bleibt trotzdem von mir weg. Da vorne ist er, hinter den Schränken. Nein, ich bin's nicht. Ich habe ihn da flitzen sehen. Ich habe ihn da flitzen sehen. Ich habe gesehen, wie du den Fehlwein abgestochen hast. Da ist er. Ja, vor den Rücken. Ja, klar, der hat mich auch noch mitgenommen. Ja, klar, du wusstest genau, wer der Mörder ist und sagst mir, komm nicht zu nah. Das ist der Reflex. Ich drück gerne einen ab. Okay, wer ist der Polizist? Wer ist Bravo? Ich bin Bravo, ich bin Bravo. Scheiße. Wo seid ihr alle? Uniform. Uniform, ja klar. Uniform ist es. Nein. Uniform oder Oskar. Ich sammle das hier ein. Habt ihr gesehen? Ich bin Proven. Ich bin Proven. Es gibt nichts anderes zum Einsammeln. Oskar sucht gerade, wie man das Messer rauszieht. Hier war so eine Skulptur. Wo? Ich beobachte euch. Wer hat die Waffe? Zieh die Waffe. Zieht einer bitte die Pistole. Endlich. Uniform. Danke. Ups, ich hab den Fall schlicht. Hinter dir ist der Mörder. Aber er hätte dich ab. Entschuldigung. Da ist die Waffe weg. Mischa. Hab ich Schikittes oder Christian? Mich. Ach, ich hab die Waffe. Ja. Ja, Uniform. Ich weiß, du bist nicht der Mörder. Ja. So, Christian ist... Der Christian kam so nahe, ich dachte, er sticht mich ab. Aber du weißt jetzt, dass ich nicht der Mörder bin. Also, ist Jennifer der Mörder? Ja. Lach Jennifer. Hi, ich bin nicht der Mörder. Und ihr Kopf wird wieder auf irgendeine Kiste rausgucken. Es ist Ausschlussverfahren. Er hat aus irgendeiner Kiste rausgehungert. Rausgehungert. Ja, genau. Der hat sich hier oben versteckt, Mischa. Ich weiß es. Komm mit. Die hängen wieder in irgendeiner Kiste drin. Da ist sie! Sie ist hier! Oh. Hat sie dich erwischt? Du musst nachladen. Oh fuck, ey. Und dann trifft er mich dann auch nicht mal, Alter. Mörder ist tot. Oh, Micha, du hast richtig schmant gemacht, ey. Mhm. Richtig schmant? Richtig schmant aber nicht. Schmant auf die Flöte und dann hat er losgemacht. Ja. Baller euch alle ab hier. Okay. Du hast Micha. Jennifer. Wieso schießt du auf mich? Echo. Ich bin ein Lima. Ich bin clean. Klima. Du siehst aber aus wie so ein... Ich japse? Nee. Aber du siehst aus wie so ein Drogentyp. Ja. Wie ein Drogentyp. Bleib hier, Jennifer. Da hinten. Renn nicht zu den anderen. Ich bin nicht der Mörder. Ich hätte dich längst töten können, du mit dir um eins. Schön von hinten. Ja, ich würde aufpassen. Sie ist bestimmt wieder der Mörder. Hier liegt schon wieder einer, Jennifer. Komm mit. Sierra ist tot. Das heißt, derjenige, der jetzt noch fehlt, ist der Mörder. Christian ist der Mörder. Hast du Jennifer auch schon umgebracht? Ja, die Funk ist aber aus dieser Richtung. Ja, klar. Danke, Jennifer. Ich war nur weise. Jetzt hast du den Mörder an deinem Ernst. Ich meinte, ich war nur weise. Na toll. Ach so, ist schon fertig. Ich war nur weise. Aber er hatte recht. Er war die ganze Zeit bei dir und meine Leiche lag da. Oh, geil. Ja. Ich hab was eingesammelt. Also bin ich nicht der Mörder. Ich bin auch nicht der Mörder. Ich bin auch nicht der Mörder. Ich bin auch nicht der Mörder. Wer ist denn der Polizist? Wer ist? Wer ist, hol deine Waffe raus, Perbeck? Okay. Miko, Miko ist der Mörder. Ich fuhre dich mal in Krügel raus. Miko ist der Mörder. Ich hab was eingesammelt. Ich hab was eingesammelt. Ja, und wieso hast du mich dann getötet? Weil du tot bist, darfst du dich reden. Weil der Mörder auch einsammeln kann. Echt jetzt? Ja. Micha. Ich bin nicht der Mörder. Micha, du bist aber Perbeck, ne? Die kleine Schwarze hier, oder? Hier. Bitte nicht so. Denn nimm auf. Ich weiß nicht, was ich bin. Aber du heißt doch Perbeck. Das ist ein Kriegwerk. Ne? Weht was vorgestellt hat? So eine kleine, schwarze Glocke? Ja, ich weiß nicht, wie ich aussehe. Kann ich dir nicht sagen. Aber... Hold up. Ja, ich wollte nur sagen, dass derjenige, der die Farbe grau hat, nicht der Mörder ist. Hier. Der hier. Ja, ja. Das bist du, Micha. Ich sammel was ein. Als Beweis. Ja, ich bleib jetzt einfach hier als Beweis. hat die knarre nicht ja ich hab sie ich bin der polizist ich habe was aufgehoben ist gar nicht der mörder sein ich hab die waffe und ich möchte niemanden bei mir haben wer kommt stürmt ja wer ist der waffen x-ray wer ist x-ray halt deinen abstand ich muss nachladen wer mörder hat jetzt die chance x-ray wer ist x-ray jenki jenki ich dachte ich bin vertrauen müssen ja hätte ich aber hier kann man niemandem vertrauen ich bin wieder officer wer ist oscar ich bin oscar ich bin oscar ich bin oscar scheiße wer hat die pistole du hast die pistole ok ich sehe nur schwarz also bleibe ich bei dir ja lass sie ruhig dann sagt dann dass ich der mörder bin dabei alle tot sind schon außer du und ich aber ich habe michael erschossen und meint konnte die waffe aufsammeln also ist erproven und ich auch ja so haben wir uns gegenseit bewiesen dass wir da ist sie töte sie ich kann nicht die wackelfeuern her das ist aber eine gute strategie der mit der pistole schießt an naja ist ein bisschen blöd doch und weiß dann entweder trifft er richtig den mörder ja was kacke und der der zustechen kann könnte sofort zustechen also ich bin jetzt hier bei esch und er hat die pistole mhm wer ist esch und ich habe es genau gesehen guck mal wie er lacht guck mal wie er lacht aber ich habe es gesehen ja dann töte ihn oh scheiße wend mal nein sie war da als erstes tot